Hallo, ich bin Raphael Tramp. Ich mache hier in der Gebrite Lehr als Logistiker. Ich bin jetzt im ersten Lehrjahr und will euch heute mal zeigen, was man beim Job alles so macht. Kommt doch mal mit! Im Voreingang werden alle Güter unserer Produktion angeliefert. Danach lagen wir die Güter ein und versenden sie als richtiger Ziel. In diesem Fall wäre das Ziel 07, das Hoche Egal Lager. Ich arbeite gerne in der Gebrite, weil das Team super ist. Zudem ist der Ausbildungsplatz sehr vielseitig und modern. Im Kommissionierlager werden kleinere Mengen von Gütern für den Versand eingestellt und versendet. Das können mehrere Behälter oder Kartons sein. Wenn du Logistiker werden möchtest, musst du ein gutes, räumliches Vorstellungsvermögen haben und in stressigen Situationen immer im kühlen Kopf bewahren. Im Verrat in Pfullendorf werden fertig produzierte Güter automatisch vorgestapelt, bis zu drei Paletten übereinander. Dann nimmt der Stapel die Paletten auf und platziert sie nach dem Lastwagen. Der Lastwagen bringt nachher die Güter ins Zentrallager nach Pfullendorf. Das war mein Beruf als Logistiker. Ich hoffe, wir haben dieses Interesse erwecken können. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns deine Bewerbung zuschickst und dich bei uns vorstellst. Mehr Informationen findest du auch unter www.gebrite.ch-berufsbindung.